Hallo ihr Lieben, es freut uns wieder, dass es noch eng geschaltet hat. Sarah und ich und natürlich auch der Peter, wir laufen heute die zweite Etappe vom Wiener Wallfahrerweg. Heute geht es von Holzschlag bis noch kaum Berg. Wenn ihr wissen wollt, wie die 19 bis 20 Kilometer so sind, dann bleibend dran. Allgemein, von dem man richtig gut gefrühstückt kann, geht es jetzt richtig los und wir beginnen den schönen Tag. Guten Morgen und ich hoffe mit moderaten Steigungen, ich werde es sehen. Also viel Spaß beim Gucken. Einen wunderschönen guten Morgen, Wiener Wallfahrerweg Etappe 2 und ihr seid mit dabei. Viel Spaß. Euer Karol. Auf Selbstbesch Geburt. Das war's für heute. Hahahaha Hahahaha der der Ja, hier. Zitzen 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 Danke für unsere Sitzgelegenheit. Das ist für alle, dass wir bei diesem Matrizen sind. so liebe zuschauer von strax wandalos also auch von dich am weg ja ich darf mal beginnen wie ihr seht es ist natürlich jetzt nicht der abend nein gestern hatten wir noch ein bisschen action wir haben den abend noch schön ausgehen lassen und deswegen gibt es jetzt ein kein ein kleines conclusio für euch meine lieben und ja war eine tolle tour ich fand es wirklich großartig ich kannte den teil selbst nicht ich fand die diese diese birgner leber großartig ich fand auch die zwei wahlfahrtskirchen am hafenberg richtig toll und auch klein maria zell ja war auch sehr alles sehr schön schöne kirche gehabt der weg war auch schön mit schönen aussichten und am schluss noch was gewonnen im kaffee in weißbrothut das war glaube ich das größte highlight das wäre ich glaube wenn wir es nicht vergessen das können wir euch jetzt hier kurz einblenden noch genau das könnte ich auch großartig muss sagen nach dem nach dem ersten tag der natürlich sehr anstrengend war war das gestern wirklich mal so eine willkommene abwechslung weil eben auch landschaftlich ziemlich unterschiedlich sehr abwechslungsreich würde ich sagen mal im wald mal auf offenen feld abschnitten war richtig schön ja man hat schon die alben ein bisschen gesehen voralpen land klar und in wiener weiten natürlich definitiv und ja in dem fall ich meine das ist jetzt kein geheimnis und das können wir so als abschluss jetzt bringen sehen wir uns dann in wenigen sekunden beim intro wieder und wir sehen uns wieder nächste woche jetzt bin ich wieder gescholl vom sara ganz liebe grüße ich hoffe ihr versteht mich da ist irgend ein lautes gerät dahinter dran ja ganz liebe grüße an top ganz liebe grüße an topper und das natürlich auch in diese richtung damit sich niemand nachlässig von den sarventus füllt auch an den rest noch schöne grüße also in dem fall an sascha und felix und an die anderen zuschauern die uns auch nicht kennen genau genau hallo ihr liebe jo Ja, so ist das eben. Hallo ihr... Ah, Mann.